Aber diese Ladebildschirme, ey, das ist sowas von outdated, auch wenn dieses Spiel rauskam. Naja. Das passt schon, das ist schon recht, ne? So, ich meine, ja, da geht's zur Welt rein. Das war eine Welt, da habe ich nicht so eine gute Erinnerung dran, also nicht Erinnerung dran mit dem Sinne von, ähm, ich weiß noch alles, sondern ich weiß, dass die übelst viele Sachen hatte, die mich killen konnten. Nächstes Mal hast du eine Fähigkeit für mich. Ja, 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 ja,! ridge bitch sehr um deine atemhäuser blase rauszulassen den brauche ich den trick auch um weiter die unterwasserwelt da zu untersuchen ich glaube hier gibt es irgendwo was zum geier willst du eigentlich okay gerade laufe ich im kreis ihr nervt aber hier mit eurem hüpfen ist das fahrrad Ah, okay. Ich habe gleich gecheckt, dass ich hier auch noch weiter hochgehen kann. Was macht ihr denn hier? YMCA oder was? Hallo? Kann mir mal einer erklären, wie die Augen lachen können? Bitte. Gleich bin ich bei dir, Paggie. Was war das denn? Für eine Teleportation-Move. Tada! Ach, guck mal da. Eine Express-Abkürzung. Ab in die Berthülle. Ne, 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 ne. So. Ich soll das hier in dem Aquarium verbinden? Kann mir einer sagen, wie ich da reinkomme? Vielleicht von der Seite tut das. Ne, da geht es auch nicht hoch. Ach so. Ach so. Ach so. Halt, nein, 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 nein. Wir wollen nicht wieder runterfahren, wollte ich sagen. Jetpacks und Butter. Oh, das braucht aber auch diese Energieleisten, ne? Ich kann in der Blase. Kann ich weiter kommen. Dann ist er. Tada, da, da. Ja, heim, ja. Dann wollen wir nur mal schauen. Wasser weg. Hey, die pusten mich alle weg. Ist ja krass, ich kann die ganze Zeit hier drin bleiben. Ich dachte... Und ich dachte erst, das würde Energie verpulvern. Dum, dum, dum. Nya, sieht mich an. Ah ne, die Blase platzt irgendwann. Okay. I see, I see, I see. I see. Ah, what? 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 What do you say what? Say what, man? Willst du mich verarschauen? Na, du geh doch. Fahrst du mich jetzt mal? Hallo? Hallo? Alter! Da piste ich doch mal hier, mein Viecher. Mal gucken, was das hier alles noch gibt. Ich mache auch mal gleich. Ja. Mit dir. Okay, hier gibt es auf jeden Fall genug Energie. Nein! Was sind denn so für Kürbisse? Ah, hier ist schon die Welt. Ich wollte aber mich kurz noch umsehen. Ich möchte mich nicht hier drüben irgendwas verpassen. Da ist auch noch ein Pagy drin, okay? Okay. Ach so. Das ist, äh... Da bin ich reingekommen, gell? Ja. Da war ich eben so. Ich will nur mal schauen, ob ich tun was ist. Also ich weiß, dass der eine Move, mit dem sich oben festhalten irgendwo, den lerne ich auf jeden Fall in Welt 3. Ich weiß aber nicht, was da noch dazu kommt, ne? Wo man sich hier so hochziehen kann. Da geht es zu Welt 1. Ne, da wollen wir jetzt nicht hin. Zu den Pagy, der komme ich jetzt nicht. Und von da kam ich eben. Und wohl, ich will mal kurz was schauen. Wo würde ich da landen? Und wenn ja, wie viele? Hoffentlich bereue ich es nicht, da durchgegangen zu sein. Ich will mal wissen, wo wir hier rauskommen. Ah, ich verstehe. Neben dieser Statt, oder? Okay. Oh, ey, Leute, ne? Das sind Ladezeiten immer hier. Ist ja ein Ding. Was denn in Dries, ne? Krass, wie die Zeit schon wieder rennt. Drei, viel schon noch. Zicker. Ja, genau. Erstmal Wasserplanschgeräusche und dann... Das hier. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Da war Welt 1. Wie kam ich denn da mal da hoch? Da war doch irgendwo... Da war nicht eben irgendwo so ein Bereich mit so Wasserblarven, wo ich durchgegangen bin. Oder bin ich gerade ganz falsch? Ah, doch, 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 doch. Hier bin ich richtig, genau. Ich muss mich nur hier... ...wieder in die Blase packen. Oh, da war kein Disgusting. Hey. Diese scheiß Quallen da. Okay. Dann wollen wir mal. In diese komische Sumpflande. Was wollt ihr denn? Ihr braucht 7, um diese Welt freizustellen. Natürlich. Trauerlabyrinth-Sumpf. Das klingt schon so einladend. Okay, ich habe gerade voll die Motivation, ne? Nicht vergessen, ihr könnt sogar die Arpeggies gefunden. Das Spiel will aber auch echt, dass man hier durchrascht, was? Ich habe jetzt vergessen, das ist nicht Goldchen. Mehr Szenary, mehr ein herviger Charakter, die Hillbrauen. Schauen wir uns das trotzdem erstmal die Welt normal an. So wie sie ist. In der Zwischenzeit trinke ich mal kurz was. Aber ob wir sie heute noch erweitern, das weiß ich nicht. Aber wenn heute nicht, auf jeden Fall dann am Montag. Und da das ja die Öffnungswoche war, habe ich ja dreimal jetzt Ukulele gestreamt und dann am Montag wird wieder Wechseln angeben, ne? Always stay hydrated. Trauerlabyrinth-Sumpf. Wenn ich mich richtig entsinne, gab es hier sehr viel Gift. Passt also zu toxischen Spielergemeinschaften. Äh, okay. Ach, ich bin schon über den Schalter drüber gerollt. Ich wollte schon sagen, muss ich nicht irgendwas machen. Was denn mit euch? Was seid ihr denn für Swarm-Things? Dieses Level hier wirkt so wie der uneheliche Sohn von Mördmonstermenschen und Bubblegloopswamp. Was ist mit dir? Es ist eine Körbisch. Hallöchen, Herr der Hörkörbisch. Wir suchen nach... Guck mal, hier wird auch noch gegendert. Echse, Stück Papier hängen in Falle da hinten. Falle ausgelöst durch. Platschen ist geräusch. Ah, so viel ist es trocken, Echse. Meint der... Das da? Achso. Ich verstehe. Und wenn ich jetzt nahe zu Füße kriege... Ach, komm schon. Das zählt der auch. Are you for real? Ha, 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 ha. Gotcha. Ja. Ich muss definitiv diese Schlange finden, weil... Die kommen ja an vielen Stellen gar nicht hoch. Ohne diese Moves. Nee! Ihr lasst das jetzt. Äh, guck mal hier. Da ist schon wieder sein Polizeihut dabei. Gehst du wieder zu The Village People. Und dann singst du Macho, Macho Man. Da unten ist auch was. Mal gucken, was hier oben war. So ein paar Sachen weiß ich ja noch, Dunkel. Ich weiß gar nicht mehr, was hier... Die Verwandlung war... Also... Ich wüsste... Angenehmere Sachen zum Wohnen. Oh, hier ist schon gleich so ein... Ach, was falle ich denn runter, ey? Ich glaube, das hier war giftig. Ich will es gerade nicht ausprobieren. Oh, und ich erinnere mich auch gerade an, Dunkel, an dieses Labyrinth hier. Das war auch... Das hat es auch in sich gehabt. Ja, hey, 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 hey. Was hat das hier mit denen auf sich? Warte mal. Musste ich die alle rein stampfen? Weiß das gar nicht mehr. Nee, das bringt gar nichts. Oder hast du einen auf... Diesen Einkaufswagen, gell? Das herrige ich noch. Die hatten irgendwelche Aufgaben. Ich bin froh, gehört dir dieses Pilzfeld? Aha, aha, aha. Nein, das ist unser... Nicht unser, wir sind zu... Okay, super. Oh, 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 oh. vielleicht soll das so gehen indem ich eigentlich auf von pilz zu pilz springen ohne den boden zu bringen das könnte ich mir vorstellen